Hallo Leute, das ist der erste Part auf meinem YouTube-Channel, Wardog.kp Und wir spielen jetzt Ream, mit dabei ist der Derain Und wir werden jetzt anfangen zu spielen Wir haben schon etwas, wir sind auf Level 20, damit es jetzt nicht so langweilig ist von 1 auf 20 Aber, fang mal an, würde ich sagen Sag mal du hallo Jo, jo, hallo So, okay Also, welchem geben wir? Ähm, hier, Beholder, oder? Okay, klar Wir nehmen jetzt zuerst mal auf Oder, naja, wir haben Testaufnahmen gemacht Und, jo Wir gucken mal, wie es ankommt, ne? Jo Gehen Alter, bei mir ist, bei mir ist, bei mir ist Apokalypse Einfach Apokalypse Ja, aber richtig hier Wir sterben nicht Hm? Bist du in meiner Nähe gewesen, oder was? Behind me waren viele Viecher Ah, hier ist ein Portal, aber komm nicht, komm nicht, komm nicht Ich seh's, ich benebe dir Ich benebe dir, ne? Achso, okay Äh, ja, hier rein, oder? Warte, erstmal gucken, wo die Ja, passt schon, passt schon Auch wenn Okay Okay, das ist ne Spirit World, Leute Und, ja, hier, der Boss, der kann jetzt Dex Potions droppen Oder im White Bag Also in so nem weißem Beutel Hm, das wär geil Kann, hm, Schlüssel sein für den Beinketter, wo Oryx 2 drin ist, es gibt Oryx 1 und 2 Der ist 1 bis 2 Leifwert, glaube ich Und, es gibt den Planewalker, den kann man nicht verkaufen Aber, der ist ganz gut von Roox Das ist ne Klasse hier in dem Spiel So Ja Hey, sind wir schon da Ja Der Boss hier ist eigentlich leicht, ja leicht, kann man schon sagen Ja, mit gutem Equip Naja, gutes Equip, wir sind jetzt auch nicht ganz das Beste Neuer auch sterben, zum Beispiel mit nem Äh, ganz geile Equip von Roox Einfach mal geschotten, ganz werden, so Au Oh, Gott, Alter, man hat ganz kurz gelangt Nichts Nichts Gesoffen Ihr seht, Leute Dieses Spiel Gebt nix Wir haben auch schon darüber diskutiert, ob diese Entwickler dieses Spiels Irgendwelche Besovskis Besovski Editions sind. Bist du da? Ja, ja, ich bin da. Die, sobald man Geld reinsteckt, kriegt man was zurück. Also sowieso so eine Drop-Chance, sobald du Geld reinsteckst. Kommt uns immer so vor. Aber ist ja auch egal. Wir wollen die Entwickler ich immer nicht beschimpfen. Doch. Naja. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Wie lange das Let's Play gehen wird, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich so lange, bis wir keinen Bock mehr haben auf dieses Spiel, was schnell gehen kann. Manchmal geht's auch nicht mehr. Oder auch langdauern kann. Ne, genau. Der Rain wird öfters vorkommen. Und, ja. In dem Fall. Wie so ein Virus. Der hat keinen YouTube-Channel jetzt, also brauche ich jetzt nichts verlinken oder sowas. Aber er wird öfters mit mir spielen. Er ist sozusagen Mitinhaber dieses YouTube-Channels im Grunde genommen. Boah. Ich halte schon eigentlich gut was auch. Also er wird hier nie drauf, kommt und solche Videos löschen, aber er wird oft dabei sein. Hey, ich hab schon 32 Dev. Yeah. Schaff, ich hab. Elf. Oh, lol. Ich brauch ein Paradell, der hat hier irgendwie ein. Alter. Alter. Ich krieg so massiven Damage in meinen Hintern, weil da hinten diese scheiß Viecher sind. Viel Spaß. Gib mal, gib mal Buff. Ach, du hast schon was. So. Bom, 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 bom. Hier, gib. Ach, du sch... Wie? Da sind so viele, so viele schwarze, solche schwarze Schleime. Das ist... Ja, das ist toll. Schwuckel. Oh, gib mir den Trailer. Danke. Ja, nix, wie ein Schwuler, aber manchmal kommt es uns davor, als ob sie welche wären. Aber trotzdem haben wir nix erkannt. Wie so hatte ich gesagt, TP hier, ich weiß nicht, ob es... Wegen dem Weg meint, ich glaube, der meint es wegen dem Weg. Wahrscheinlich. Das ist ein Parallel. Beschwerd unglücklich. Oh, hier schon wieder die Kackviecher. Kackviecher, 6er. Oh. Bin so schön, dass ich keine Lags habe, jetzt wegen meiner Schwester. Yeah. Weil, ihr müsst wissen, der gute Terrain hat ne Leitung von nem Baumstumpf. Und... Ne 2K Leitung, wer soll gesagt. Und, ähm... Das ist so ein Problem, soweit Familienmitglieder bei ihm, an dem PC hocken. Dann heißt das so viel wie, tschüss, für Internet und hallo Hyping. Also, brauchen wir gar nicht erst davon was reden. Also, das ist einfach zum Kotzen. Ja, wir sind bald da. Immer wieder die Bubbles, die Nerven richtig. Die Bubbles. Die Bubbles. Die Bubbles. Die Bubbles. Ich mach mal die Falle hier kaputt. Und was es um den Spiel geht, es gibt hier einen bösen, bisschen Gott, der ist da auf uns, oder glaube ich, oder angepisst. Egal wie. Immer wieder 10.000 Mal. Ja, so ungefähr. Und, äh... Lutschkorb. Lutschkorb. Fertig's kriegen. Ich auch nicht. Alter, ist ja... Ey, das ist ein Ding. Paladin. Also. Leck. Nee, doch nicht. Alter. Ich werd nix kriegen, aber ich kann man aber so nicht... äh, Ding. Splashen kann. Mein Ulti. Nicht spammen. Äh, LOL. Ich hab was. Wiss. Ja, ich auch. Geile Sache. Nein. Wahrscheinlich die nicht. Das wär so geil. Wisdoms. Es gibt, äh, hier. Das sind die Stats. ATK, Speed, Width, Death, Dex und Wisdom. Davon gibt's immer Tränke auch von den HP und den Mana. Und die kann man alle im Prinzip vom Ding, von Bossen droppen. Und die wiederum bringen dann halt sozusagen einen permanenten Boost auf das Antikon. Antikon. Ja, bis man verreckt. Genau. Dann ist nämlich alles weg. Dieses Spiel ist so gebaut, sobald man stirbt, ist einfach alles weg, das du dabei hattest. Es gibt ne Vault, wo du deine Sachen reinlegen kannst, aber sonst... stirbst du. Alles nochmal von vorne. Wo ist denn hier? Gotland. Freie ich mich auch. Es gibt verschiedene Gebiete auf der Map. Gotland ist jetzt zum Beispiel das jetzt für uns. Dann gibt's halt noch so Mittel. Und dann halt noch, das ist das für die Kleineren. Für die Anfänger. Ich hab's gefunden. Oh. Das sieht gerade anders, aber egal, ich komm gleich. Hier sind doch schön viele Viecher und keine Menschen. Ja. Oh, oh, oh. So, komm, sterbt. Sterbt. Oh Gott, oh Gott, oh. Ich... Aua. Wie würde denn das Bild werden? Bist du gestorben? Nein, ich hab schon irgendwas gehört. Hast du schon... Hast du schon Krebs gekriegt? Dreckige Kackfliege, geh weg. Guck mal, in den Chat hatte ich einer schon unter Gemeinung. Kackgame, ja gut. Oh, ein blau, ein blau. Ein blau. Ein blau. Speed. 100 Lair. Speed. Wunderbar. Geile Sache. Speed solltest du saufen, weil das nicht... Was fehlt. Ja, klar. Und außerdem noch gut eingefündigt. Ich hab auch vorher... Oh. Oh. Was ist oh? Oh. Wir haben eine Durchwärmung. Okay, wir haben eine Durchwärmung. Komm, komm, stell uns jetzt... Nee, komm, komm. Sehr schön. Ähm, was würdest du sagen? Was wolltest du denn sagen? Ah ja, ich hab schon Artikel und Dev und einmal Wissgrad gesorben. Weil ich das dabei hatte, ich hätte mir ein paar Dev kaufen können, aber... Ja. Wir zocken dir jetzt hier erstmal. Ein paar Dungeons machen und so. Okay, wir müssen wahrscheinlich selber durch, weil die... Ah, nee, die machen's gerade. Okay, passt schon. Boah, der geil ist Equip. Gepeal. Ja, die war echt gut. Gepeal, du. Nein, die sind gleich da. Wollte ich nicht sagen. Was ist? Ich hab mir rausgerutscht. Was ist? Nix. Ah, haben wir nicht gehört. Haben wir nicht gehört. Ja, ja. Oh, die sind da, die sind da. Nein. Mein Gott, ey. Ohne dich wird's mir gar nicht aufrein. Dann würde ich hier immer noch 10 Stunden in der Ecke hoch. Blau. Lila. Lila. Ich hab'n Wiss. Lol. Haaaah. Ich töd mich noch. Naja, ich mach' nur 250. Das Spiel. Das Spiel. Dieses Spiel, ich kann, ich kann mal nulti-spam. Bin immer auf der Drägen. Ah. Timona, 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 hey. Hey. Okay. Michael Jackson, müssen wir mal ausstellen. Herr, es fehlt Mido Rock Drägen. Na, schön. Dann kann ich natürlich, wir kommen wieder rein. Ja. Japano, oben rechts ist jetzt japano-gedönst. Oh, der Bimgutland, richtig viel. Yay. Werken. Manifiquen. Wenn ich jetzt Suez Röce, ist es, was ich will auch schon bei den Norden glampften. Joow. Dun-dunn-dunn-dunn-dunn-dun-dunn-dunn-dunn-dun-dunn-dun-dunn-dunn-dunn-dun-dunn. etna, naja, so. Die Kü откadee im villages sanitários Während das ges Hostn今年 같은 Wir befestigen sie so für nicht Ahn-itaire auf hein welche sind in solche Leute die wir nicht kennen muss sie reparieren Sie Leute hatten woher also erwarten wird kurz dass sie schущers ficou Acid ihr ver persistent und er hat ihn gestanden, pass auf oh du kannst richtig schön deinen Bolzen, ich hoffe mal für dich dass du jetzt was kriegst und dass ich auch was ziehe blau, ich hab grad kurz gedacht ich hab nix, weil dadurch gestorben ist, war nix aber ich hab was und du? 6 so dann würde ich mal sagen das war's für den ersten Part ähm abonniert wenn ihr mehr sehen wollt, es kommen auch noch andere Let's Plays dazu und wir sehen uns beim nächsten Mal, tschö tschö